Quartalsberichtssaison weltweit, Grippesaison in Deutschland. Gleich mehr zu Amazon, Alibaba und unseren tollen Viren auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen bei Aktienlust TV. Heute zu einem weiteren Update zur Quartalsberichtssaison. Heute geht es um die Zahlen von Amazon und Alibaba und natürlich auch noch im Nachklang zu JD.com. Da stehen die Zahlen noch an. Aber zuvor noch ein Wort in eigener Sache. Sie werden es hören. Die Stimme ist belegt, beschlagen, die Grippesaison ist in Deutschland. Und das ist ja auch so typisch, da machen wir Deutschen uns ja immer die Taschen voll. Die Mediziner, Infektionen sind gesund, stärkt die Körperabwehr. Zwölf Infekte im Jahr, das braucht jeder Mensch, damit er richtig durchs Jahr kommt. Aber da denke ich mir auch mal, weil kommen die Menschen eigentlich nur im Süden zurecht? Ja, Sizilien oder Griechenland, die jetzt natürlich in der Zeit schon fast wieder mit frühlingshaften Temperaturen zu kämpfen haben. Also die kommen ja gar nicht in die Lage, ihre Immunabwehr so zu trainieren, wie wir das machen. Aber das nur am Rand. Wir wollen ja heute über die Börse widersprechen und über die aktuellen Zahlen von Amazon gestern. Ja, der Tag gestern war ja eigentlich sehr, sehr freundlich. Da waren ja die Facebook-Zahlen noch dabei, wobei der deutsche Markt nicht so ganz so mitgezogen hat. Aber Facebook gestern plus 10% in den USA, kräftiger Satz nach oben, nach den Klassezahlen, haben wir ja gestern drüber berichtet. Ja, dann gestern nachbörsig noch mit Spannung erwartet die Zahlen von Amazon. Und die Erwartungen waren eigentlich sehr hoch an Amazon, weil man ja wirklich im Gegensatz zu den anderen überhaupt keine Anzeichen von Schwäche gezeigt hat. Und Amazon hat wieder geliefert. Ja, also Umsatz plus 20% auf 72,4 Milliarden Dollar. Das war das obere Ende der Erwartungen an Amazon. Also klasse Ergebnis, auch das operative Ergebnis von 2,13 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 3,79 Milliarden Dollar. Das ist schon klasse Nettoergebnis. 3,03 Milliarden Dollar, ein Jahr zuvor 1,86 Milliarden Dollar, 6,04 Dollar je Aktie. Also die Entwicklung wirklich klasse und das langfristige Potenzial, das zeigt sich ja nach wie vor an der Verteilung, wo Amazon seine Umsätze generiert. 44,12 Milliarden Dollar Nordamerika und das internationale Geschäft weniger als die Hälfte, 20,8 Milliarden Dollar. Da sieht man wieder, was da eigentlich langfristig noch drin ist. Wachstumstreiber einmal mehr, das starke Cloud-Geschäft, die Tochter AWS, die legte gleich mal um 45% zu auf 7,43 Milliarden Dollar. Und operatives Ergebnis sprung von 1,35 auf 2,18 Milliarden Dollar. Also da verdient Amazon momentan seine Brötchen ganz klar. Das Geschäftsjahr 2018 und diese Zahlen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 232,9 Milliarden Dollar und es war ein Wachstum von 31% und ein operatives Ergebnis von 12,4 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor 4,1 Milliarden Dollar. Da sieht man, dass Amazon mittlerweile ein hochprofitabler Laden geworden ist. Weit mehr als eben nur noch ein E-Commerce-Händler. Man ist ja ganz breit aufgestellt. Alexa, die Sprachsteuerung und die Echo-Lautsprecher, das waren die Verkaufsschlager im Weihnachtsgeschäft. Mehr als 100 Millionen Abonnenten im Prime-Dienst. Da, wo man ja auch Video-Stream-Musik hört und natürlich auch den günstigen Lieferservice von Amazon nutzt. Das sind alles fantastische Zahlen. Nachbörsig ist die Aktie daraufhin auch erstmal in die Höhe geschossen, aber Amazon hat wie zuletzt eigentlich gewohnt einen konservativen Ausblick geliefert und das haben Anleger dann nachbörsig auch wieder zum Anlass genommen, Gewinne mitzunehmen. Ob das heute so bleibt, das muss man sehen, aber nachbörsig ging es teilweise um 5% ins Minus, weil Amazon eben für das laufende Quartal eine Umsatzprognose eben von 56 bis 60 Milliarden Dollar ausgesprochen hat. Das wäre nur ein Wachstum von 10 bis 18% und die Prognose für das operative Ergebnis 2,3 bis 3,3 Milliarden Dollar im Vorjahr, 1,9 Milliarden Dollar. Also hier ist natürlich der Anspruch inzwischen sehr, sehr hoch an Amazon. Also wie gesagt, wie der Tag heute bei Amazon endet, gestern hatte ich auch die Prognose, dass Tesla nach dem ersten Schock vielleicht auch zum Ende hin wieder dreht, was ja so gekommen ist. Das könnte heute bei Amazon auch sein. Also da muss man mal wirklich abschauen, abwarten, nicht abschauen. Schauen wir uns Amazon im Chart an. Ja, die Aktie hat sich ja wirklich super aus der Korrektur heraus nach oben befreit, hat oberhalb von 1.600 Dollar so sich mal gesammelt, Luft geholt für eigentlich die nächste Kurs-Avance. Heute könnte die 1.600 Dollar nochmal getestet werden. Im Idealfall, da bleibe ich dabei, vielleicht kommt es sogar nochmal auf 1.400 Dollar zurück. Ich glaube da zwar nicht wirklich daran, weil die Zahlen einfach klasse sind und Amazon sehr, sehr viel noch in petto hat, was man machen will in Zukunft. Aber wie gesagt, sollte das passieren, zwischen 1.400 und 1.600 Dollar ist die Aktie für mich ein klarer Kauf. Ja, zuvor gab es schon Zahlen vom Amazon-Portant aus China, von Alibaba. Auch die schauen wir uns an. Auch hier klasse Zahlen eigentlich vom Wachstum, auch wenn natürlich angesichts der erreichten Größe nicht mehr das Tempo aufrechterhalten kann, was wir die letzten Jahre gewohnt waren. Aber immer noch ein Umsatzplus von 41 Prozent auf umgerechnet 17 Milliarden Dollar. Man investiert aktuell sehr, sehr viel, wie auch Konkurrent J.D. dort kommt. Deswegen beim operativen Ergebnis nur ein Plus von 3 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Aber auch hier sei erinnert, Amazon in den Anfangsjahren, die waren eigentlich immer nur defizitär. Alibaba ist und bleibt hoch profitabel. Das sieht man eben auch am Cashflow, am Free Cashflow. 7,47 Milliarden Dollar, das sind starke Werte. Ergebnis je Aktie plus 37 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar. Auch hier das Cloud-Geschäft sehr stark im Kommen, auch wenn es prozentual am Umsatz noch nicht so die Rolle spielt wie bei Emsen. Aber auch hier ging es plus 84 Prozent immerhin nach oben. Das Kerngeschäft im Retail plus 40 Prozent, das lässt sich alles sehen. Mittlerweile, wie gesagt, die jährlich aktiven Nutzer um weitere 35 Millionen auf 636 Millionen gestiegen. Und die Prognose für das Geschäftsjahr 2018, 2019 wurde Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent avisiert. Das sind Zahlen, die sich definitiv sehen kann. Dann schauen wir auch hier auf die Aktie im Chart. Sehr feste Entwicklung, sehr starke Entwicklung zuletzt. Hat man ein technisches Kaufsignal geliefert. Man ist jetzt wirklich nach oben ausgebrochen. Das sieht sehr, sehr gut aus, wie Sie im Chart eben sehen. Wer hier eigentlich eine Korrektur noch sieht, der sollte die technische Analyse noch mal überprüfen. Also geht es in den nächsten Tagen weiter bergauf, ist hier wirklich die Trendwende vollzogen. Sehr spannend sieht es auch bei JD.com aus. Also Alibaba haben wir ja schon öfters erwähnt. Die haben ja ein Geschäftsmodell, so ein bisschen ein Twitter zwischen Ebay und Amazon. JD.com, die Nummer zwei im E-Commerce, ist eigentlich ein klassisches Amazon-Pendant. Also mit Lieferkette, Logistikkette, alles drum und dran. Dann, da stehen die Zahlen noch an. Hier ist die Bewertung ja extrem noch niedrig. Also 80 Milliarden Dollar erwartet man hier einen Börsenwert von, glaube ich, 25 bis 30 Milliarden Dollar. Das sehe ich noch deutlich ausbaufähig. Der Chart sieht fantastisch aus aus meiner Sicht. Wir haben ja diese Tiefstände da fast doppelt tief Ende des Jahres da bei den Allzeittiefs platziert. Von dort aus ist schon eine Bodenbildung erfolgt, eine Trendwende nach oben. Also hier sollte man wirklich auf der Lauer liegen, vielleicht ein paar Stücke schon mal ins Depot legen. Natürlich alles unverbindlich, aber hier erwarte ich in den nächsten Jahren noch deutliche Sprünge nach oben. Das war ein Update wieder zur Berichtssaison, jetzt zu den letzten Zahlen der Wochen. Am Montag natürlich sehen wir uns in der neuen Börsenwoche dann hier auf dem Kanal mit einer Schalte wieder zu Mick Nauf nach Frankfurt an die Börse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen ein krippefreies, entspanntes und schönes Wochenende. Ihr Jürgen Schmidt